Hallo, ich bin's, euer Coach Olaf und das ist Antonia und heute zeige ich euch in diesem Video, wie du Probleme beim Drehen des Kopfes bei einem Schleudertrauma oder nach einem Schlag auf den Kopf im Sport zum Beispiel den Kopf und den Hals sehr schön entlasten kannst in Verbindung mit den HWS-Tapes und das ist ein sehr, sehr wichtiger Muskel, übrigens auch interessant bei einem Tinnitus-Patienten, probiert es mal aus und zwar der Sternocleidomastioideus, also hier der lange Muskel am Hals, der den Verlauf hat vom Schlüsselbein bis hinters Ohr, man kann ihn, schau noch ein bisschen höher, jawohl, man kann ihn sehen, man kann ihn sehr gut sehen, man kann ihn aber auch sehr gut tasten und der wird auf jeden Fall mit einem 2,5 cm schmalen Tape abgeklebt, also bloß nicht das Tape nehmen und mit dem Tape mit 5 cm an den Hals, das würde Antonia nicht lange ertragen, also an den Hals eines Menschen immer nur 2,5 cm schmale Tapes kleben und auf jeden Fall immer bilateral tapen, das heißt immer auf beide Seiten ein Tape aufkleben. Du kannst dir vorstellen, wenn du nur auf einer Seite ein Tape trägst, das kann sehr, sehr schnell sehr unangenehm werden, du wirst es immer wahrnehmen und wenn du auf die andere Seite ein Tape aufklebst, wird sich dieses Gefühl sehr schnell verflüchtigen, das bedeutet, du nimmst das Tape nicht mehr wahr und es ist sehr, sehr viel angenehmer, mit diesem Tape dann die nächsten Tage rumzulaufen. Jetzt nehmen wir Mars, das heißt Antonia schaut nach oben links, jawohl, drehe dich noch ein kleines bisschen, ja und zwar nehme ich Mars von hinterm Ohr, vom Mastoid, also von dem Knochen hinterm Ohr, den ihr tasten könnt, bis zum Schlüsselbein. So, okay, dann darfst du noch einmal entspannen. Ich schneide das Tape ab, halbiere den Zügel. Meine Empfehlung ist, gerade für den Sternocleid, der unten etwas auseinanderläuft, schneidet auch das Tape unten etwas auseinander. So, die 10 cm unten ungefähr, die letzten 10 cm, schneidet ihr das Tape etwas auseinander und nun alle Enden abrunden. Den anderen Zügel genauso. Jetzt zur Demonstration für unseren Film und für euch. Lassen wir es auf einer Seite. Und denkt dran, ihr könnt ihn wunderbar kombinieren mit der kompletten HWS-Versorgung. So, jetzt bitte noch einmal nach oben schauen, Antonia, dann nach oben links, jawohl. Jetzt ist der Muskel sichtbar. Das Tape wird so aufgeklebt, dass die Einschnitte des Tapes unten liegen, also nicht die Einschnitte des Tapes oben liegen. Nun klebt das Tape auf. Ich empfehle euch, das Papier einzureißen, oberhalb des Einschnitts. Hier wieder nach 2-3 cm das Papier ebenfalls einreißen, am letzten, am kompakten Ende, dann das Papier in der Mitte entfernen. Dann sieht das Ganze so aus. Platziere es, ohne dass du die Haare einklebst, hinter dem Ohr, genau auf dem Muskel selbst. Antupfen, immer erst antupfen, nicht gleich reiben, sonst hast du schnell Falten im Tape. Das Papier umklappen, einmal ziehen, jetzt löst sich das Papier und weiter ohne Zug das Tape hinter dem Ohr aufkleben. Und diese Zügel werden ebenfalls ohne Zug aufgeklebt. Achtung, Finger auflegen, ziehen, jetzt löst sich das Papier, du teilst das Papier und klebst erst einen Zügel auf, auch hier wieder einen kleinen Anfasser lassen, wenn ihr wollt, und den Zügel jetzt leicht versetzt nach außen kleben, am Ende wieder etwas ziehen, so kannst du auch das letzte Stückchen Papier entfernen und hier unten ebenfalls Papier entfernen, bis auf 1-2 cm, da hast du einen kleinen Anfasser, das Tape verteilt nach unten laufen lassen, wieder ziehen, das Ende ohne Zug aufkleben und dann wollen wir uns mal anschauen, ob es auch eine Wirkung zeigt. Antonia kommt zurück mit dem Kopf, noch etwas den Ansatz und Ursprung annähern und schon siehst du hier wieder, wie das Tape die Haut in Wellen nach oben anhebt. Ja, damit, das ist der Beweis, kann das Tape mit dem Muskel in Interaktion treten und kann Reflex von Reize auslösen, die Gefäße dehnen und das wird sich ganz schnell bemerkbar machen in der Bewegung des Kopfes, das heißt, die Drehung des Kopfes, die Überstreckung des Kopfes geht sehr viel schmerzarmer und einfacher vonstatten. Ja, das war's, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Tipp geben, wie ihr weiter die HWS-Versorgung vornehmen könnt, ein bisschen pushen könnt. Ich freue mich auf ein Wiedersehen in den nächsten Videos, das war's erstmal, ich sag tschüss, euer Coach Olaf und Antonia.